Was geht ab meine Freunde? Neues Amoxing. Was geht ab? 3 Gut. Vielleicht, nein. So. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. So, und hier. Ach so, so, so. Ach, hier sind noch die Stromnetzteile, Adapteranleitungen gedöhnt. Ja, alles klar. Noch ein Mocht. Ja. Was ist noch etwas? Ne. Was haben wir jetzt nicht, eigentlich? Ja, mal gucken. ein pc mein freundes ein office pc zwischenlösung mein freundes ja 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 So, Siehst du jetzt da raus, ey? Einmal so am Kopf, dann hoch. Einmal so am Kopf, dann hoch. Einmal so am Kopf. Einmal so am Kopf. Das ist jetzt oben. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 So, das hier ist vorne, die Anschlüsse Das war dann auch im Laufwerk, auf dem Laufwerk So, das von der Seite Das von hinten, das ist der Strom und Anschlüsse Lüfter Sound USB Internet VGA Und noch einer Und noch einer Sonst hier nichts mehr So Von der Seite So Lüftungsschacht So Das war's meine Freunde Jetzt muss ich noch anstecken meine Freunde Und Grüße an BMW Und an Viel Spaß Bis dann Viel Spaß Bis dann Bis dann Bis dann Viel Spaß Bis dann Bis dann Bis dann